Herzlich Willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Heute habe ich ein sehr privates Thema für dich, aber dranbleiben, es ist spannend, denn es geht um Speck. Meinen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was hat denn Speck bitte mit Energetik zu tun? Außer, dass ich vielleicht ein etwas speckiger Energetiker bin. Und genau darum geht es. Ehrlich gesagt geht es um den Corona-Speck. Also keine Angst, der Speck ist nicht infiziert und ich höre auch schon auf, von Speck zu reden. Also eigentlich geht es um die Plauze, nämlich um meine Plauze. Aber vielleicht auch um deine Plauze oder vielleicht hast ja du auch eine negative Angewohnheit, die sich während des Lockdowns verschlimmert hat. Denn genau darum soll es heute gehen. Leider an meinem eigenen Beispiel. Es geht darum, einfach einmal zu verstehen, dass man jede Ebene des Lebens, des konkreten Lebens, auf der energetischen Ebene betrachten kann und dann in der Regel dann natürlich auch bearbeiten kann. Und deshalb möchte ich heute eben über das Übergewicht sprechen. Ganz konkret, ganz beinhart, ich habe während des Lockdowns 9 Kilogramm zugenommen. Das war eine Mischung aus Chips, Alkohol, kein Sport, kaum Arbeit. Nicht, dass ich depressiv war, ich habe das alles genossen. Also ich habe die Chips, den Alkohol und auch meine Couch wahnsinnig genossen. Habe natürlich auch was gemacht. Ich habe diese Podcast-Reihe gestartet und habe mehrere Projekte wieder umgesetzt. Aber dennoch 9 Kilo. Und das ist für jemanden, der immer wieder Auf und Abs mit dem Gewicht erlebt und auch wieder sportlichere Phasen und weniger sportliche Phasen hat in seinem Leben wie ich, einfach eine absolute Bankrotterklärung. Und deshalb möchte ich heute kurz einmal sagen, erstens, wie kommt es dazu? Und zweitens, was kannst du dagegen machen? Und nochmal, es geht jetzt nicht nur ums Futtern und um das Übergewicht, sondern es geht einfach um ganz viele Aspekte. Ich mache es zwar jetzt am Beispiel Übergewicht, aber letzten Endes kannst du die Tipps, die ich dir da gebe, auf jeden Bereich deines Lebens umsetzen. Und ich garantiere dir, da ist eine Wahrheit dahinter. Also egal, ob es um Finanzen, um Gesundheit geht, um Partnerschaften, um Freundschaften, um Familienthemen, du kannst diese Geschichte auf alles umlegen. Wie ist also mein Übergewicht entstanden? Ich habe mich zu wenig mit dem Positiven auseinandergesetzt. Nämlich mit dem, was meinem Körper gut tut. Sowohl von dem, was er kalorisch braucht, wenn er sich weniger bewegt. Das heißt, ich habe nicht nach Hungergefühl oder nach meinem Körpergefühl gegessen, sondern ich war einfach ein Esser aus Fades, also ein Langweiligkeits-Mampfer oder einfach ein unbewusster Mampfer, wenn ich vor irgendeinem YouTube-Video gesessen bin oder mir irgendeinen Film reingezogen habe. Das heißt, ich habe unbewusst gegessen oder ich habe nach Lust gegessen. Lust essen ist für mich immer sowas wie kleiner Kindergeburtstag, es gibt Chips, es gibt Soletti und da kann man dann immer dahin essen. Und so hat es eigentlich angefangen bei mir. Das heißt, so habe ich mir mein Übergewicht redlich verdient. Und das ist an sich jetzt kein Problem für mich. Ich bin Gott sei Dank in einem Alter, wo ich nicht sage, oh Gott, ich bin so schlimm und fett und ich kann nicht damit umgehen. Ich habe jetzt kein Problem damit, weil ich weiß, dass das Gewicht grundsätzlich mich auf der ersten Linie gesundheitlich beeinträchtigt. Und das kann ich ja hoffentlich wieder lösen. Also das ist jetzt nicht, weil ich sage, oh Gott, ich habe da jetzt Fettshaming oder Bodyshaming oder sowas überhaupt nicht. Ich möchte einfach nicht so enden, wie ich es von vielen Leuten in meiner Familie kenne. Das heißt, die hatten einfach so Probleme, die einfach auf die Lebensführung, also gesundheitliche Probleme, die auch auf die Lebensführung zurückzuführen waren. Also was habe ich gemacht? Ich habe aus Langeweile gegessen, ich habe aus Lustbefriedigung gegessen und ich habe mich nicht damit beschäftigt, was braucht mein Körper. Das heißt, ich habe dem Thema Ernährung zu wenig Bewusstsein geschenkt. Und dann verselbstständigt sich das. Denn wenn man etwas nicht so automatisiert drinnen hat, wie eine passende Ernährung in meinem Fall und man ist nicht immer bewusst dabei, dann schleichen sich wieder diese Schlendrian-Tendenzen ein. Also das, was man abgespeichert hat. Deshalb sagen ja viele Psychologen und Programme, man soll positive Angewohnheiten mindestens mal einen Monat lang machen täglich und dann gewöhnt man sich das an und dann wird es zur Routine und aus der Routine wird dann eine Gewohnheit und irgendwann denkt man nicht mehr dran und macht automatisch das Richtige. Und das ist bei mir bei der Ernährung eben so, ich trainiere mir dann gute Ernährung an, aber ich bleibe oft nicht ganz so lange dann dabei oder so konsequent dabei, wie ich es dann bräuchte und verfalle halt immer wieder dann in alte Muster rein. Wie gesagt, ist kein Drama, aber wenn ich dann den Fokus wieder drauf richte, geht es sehr, sehr schnell auch mit dem Gewicht wieder bergab. Und was ich damit sagen will, ich habe jetzt seit Anfang der Woche ohne eine Crash-Diät oder irgendetwas schon wieder 3,5 Kilo von diesen 9 Kilo abgenommen, einfach dadurch, dass ich mich wieder besser ernährt habe. Und mit besser ernährt meine ich jetzt nicht, oh Gott, Null-Diät oder groß irgendwas ausgelassen, sondern ich habe einfach mir so eine Kalorien-Ziel-App mal runtergeladen. Mit sowas habe ich es noch nicht gemacht und trage da einfach ein, was ich so esse und das hilft mir persönlich. Da gibt es ganz tolle Apps und ganz tolle Tipps. Ich kriege da nichts gezahlt dafür, ich kann es gern verlinken unten. Also so Kalorien-Ziel-Apps, wo ich mich beschäftige, was esse ich denn und wo ich auch so ein kleines Essprogramm auch mit integriert habe. Und das hilft mir persönlich wieder, das Bewusstsein reinzukriegen. Ein weiterer Tipp, um bewusster mit dem Körper anzufangen, ist wirklich täglich auf die Waage stellen. Das heißt, wenn du dich täglich wiegst und einfach mal dein Gewicht kontrollierst, dann bist du da schon ehrlicher und du hast einfach mal eine konkrete Zahl. Das Wiegen ist eigentlich so ganz konkret ähnlich, wie wenn du sagst, du machst deine Buchhaltung, du machst deine Bilanzen klar und dann sieht man automatisch, wo gibst du zu viel Geld aus, wo solltest du vielleicht etwas achtsamer sein mit deinen Ressourcen. Und ich finde einfach, das hilft. Klarheit, Bewusstsein hilft. Genauso das Wiegen ist für mich die Buchhaltung für den Körper. So fängt es einmal an. Und dann kann ich natürlich meine Verhaltensweisen, also um bei der Finanzanalogie zu bleiben, meine Weisen, wie ich mich ernähre, wieder verändern und positiv verändern. Also das ist keine Geschichte, wie schlimm Corona nicht war. Das ist eine Geschichte über zu wenig Bewusstsein. Und das sollte dir nicht passieren. Und damit es dir nicht passiert, schau du mal aufmerksam hin, wo du noch nicht so viel hingeschaut hast in letzter Zeit. Denn meistens gibt es da dann Probleme. Und sei ehrlich mit dir. Ist es deine Partnerschaft? Ist es dein Kontostand? Ist es deine Ernährung? Ist es deine Gesundheit? Sind es womöglich sogar Süchte, die sich eingeschlichen haben? Also achte da einfach drauf. Sei bewusst. Und schau, dass du das wirklich mit Klarheit und Bewusstsein immer mehr und mehr für dich lösen kannst. Und wenn du das Gefühl hast, dass du das alleine nicht kannst, dann such dir bitte einen Professionisten, der dich unterstützt dabei. Du kannst natürlich auch auf der energetischen Ebene arbeiten und gerne zu mir kommen. Aber sei einfach bewusst. Alles beginnt mit Bewusstsein. Dieses Video hat begonnen mit dem ersten Schritt auf die Waage. Und es war wirklich kein sehr angenehmer Gang. Also ich bin mir wirklich vorgekommen, als würde ich dann im Pilgerweg gehen, bis ich das mal zur Waage geschafft habe. Für mich hilft das. Also mir hilft Klarheit zu sagen, das wiegt es, das hat es. Und wo setze ich an? Und ich wünsche dir auch diese Klarheit und ich wünsche dir aus dieser Klarheit heraus auch natürlich ein positives Handeln für dich. Und ich werde in einiger Zeit wieder so ein Video machen und ich werde dir auch sagen, wie es mir gegangen ist jetzt mit meinem Programm, wie ich auch stehe. Also der heutige Stand ist von diesen 9 Corona Kilos. Sind 3,5 Kilos bereits Geschichte. Also Entschuldigung, meine Ausdrucksweise, Scheiß auf Corona, Scheiß aufs Übergewicht und lebe einfach und habe Spaß. Ich bin Oliver Erini, ich bin medialer Energetiker und ich bin übergewichtig. Aber das macht nichts, denn ich habe es in der Hand und ich kann damit arbeiten. Und vielleicht schaffe ich es ja mal, auf Baha Yilmaz so Sporty Spice-mäßig herumzurennen. Tja, mal schauen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, eine gute Zeit und denk dran, Erini bringt Energie. Und bleib bewusst, bleib wach, bleib klar. Alles Gute, alles Liebe, bis bald, dein Oliver Erini. Musik 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 Musik